Häufig werde ich gefragt, in was soll ich eigentlich investieren? Ist es sinnvoll, vielleicht in Kryptos zu investieren oder es ist sinnvoll, vielleicht in Tech-Giganten zu investieren? Also wichtig ist Börsesangebot und Nachfrage. Das heißt, wenn die Nachfrage schon hoch ist, also wenn viele Leute dich fragen, ob es gut in Kryptos zu investieren ist oder ob es gut in Tech zu investieren ist, ist es so, dass viele Leute halt investiert sind. Und die große Frage ist, wo kommt die zusätzliche Nachfrage her? Warum dieses Produkt steigen sollte? Das heißt, wenn viele in etwas investiert, dann sei vorsichtig, dann könnte es langsam gefährlich werden.